so hi hallo da bin ich mal ganz kurz zwischendurch hier mit dem angekündigten folge video zum lazo transfer trainings video vom letzten mal hier das war mehr traditional wing chung ohne handschuhe halbkontakt das heißt keine kopftreffer so und jetzt im folge video selber übungsumfang aber mit acht unzen mma sparringshandschuhe vollkontakt mit kopftreffer die zwei hauptaufgaben nach wie vor über innen zu sperren oder über die außenseite so zu kommen so wie man in die übung einsteigt und bis sich das dann gewollt ins freie entwickelt das konntet ihr im letzten video sehen jetzt überspringen wir den part und steigen direkt da ein wo es sich schon recht und frei abgespielt hat so und das muss ich leider immer wieder dazu sagen das ist jetzt kein patsche mehr das ist ein bisschen mehr druck aber den druck treiben wir auch nicht unnötig hoch das wird schon beabsichtigt so spielerisch gehalten ja 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 Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich war auf dem Weg, ich war nämlich da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020